so da sind wir wieder eine stunde später um genau zu sein wir haben wo wir jetzt insgesamt hinter uns und auch hier wird jetzt endlich sterben und zwar genau jetzt meine waffe Prozent ich bin direkt in die Lava gefallen hey damit sind deine gesamten Sachen weg Prozent ja ich glaube wir sollten mal irgendwie schlagen oder Rachen Töter Futurus Vlad seid ihr das ja Fafnir genau ich Assatur unser Erzfeind ist zurückgekehrt und versucht Midgard ganzheitlich zu zerstören helft uns Fafnir seid unsere einzige Hoffnung dann verleihe ich euch diese Marquis um Assatur aus seinem Reich in das unsere gezielt wo er besiegt werden kann erlernt Verkörperung aber Vorsicht obwohl er macht nur ein Schiff in dessen sein wird was sie im ätherischen Reich darstellt würde doch das mächtigste Wesen sein das Midgard je gekannt hat das sind immer noch wir ja ich sende euch nun ans Weltenende zurück wo dieses Paradox zuerst Gestalt angenommen hat jetzt kommt der Bossfight soll das jetzt noch machen oder nicht ja dann haben wir das Spiel durch und ich kann alles in einer Runde hochladen 10 Folgen am Tag verdammt ne ne keine Sorge an den Gipfeln des Irrsinns kein Wunder auf die ist Wahnsinn Stresssituation sinnvolle Sätze zu formulieren hatten sich die Zauberer doch glatt mit Fafnir angelegt und ihn beinahe getötet zum Glück ging ich ähm ging Futurus Flak noch rechtzeitig dazwischen da sie Assatur nun per Marquis in die materielle Welt lotsen konnten waren die Zauberer endlich bereit den Megadämon selbst herauszuformen Megadämon ok bevor wir anfangen warte kurz ich muss gar nichts erledigen so da wären wir wieder aber diesmal haben wir ein Mittel um mit Assatur zu kämpfen ihr müsst Vollkörperung genau im richtigen Moment wirken ich gebe euch DAS Zeichen wenn die Zeit gekommen ist Lender mit euch war ich doch schon fertig das habe ich ganz vergessen Sieht so aus dass ihr es mit mir aufnehmen ähm again allerdings nicht jetzt sondern einmal unsichtbar machen die Folge endet nämlich jetzt bis gleich Bye